Mit unserer Firma Pegasus Schädlingsbekämpfung München stehen wir Ihnen für die effektive Schädlingsbekämpfung und die Taubenabwehr zur Verfügung. Als seit 1998 IHK-geprüfter Schädlingsbekämpfer kommt unser Inhaber Sebastian Mann-Spuck zusammen mit seinem Team zu Ihnen, um Ihr Heim von Ungeziefer zu befreien. Dank unserer Erfahrung und unseres Fachwissens können Sie sich auf unsere professionelle Vorgehensweise verlassen. Kontaktieren Sie uns jetzt!